Hallo, hier ist Dirk für die Hundeschule Stadtfälle mit einer neuen Folge täglich Grüßt der Hundetrainer, diesmal bei mir aus dem Büro. Heute wollen wir eine Frage unter die Lupe nehmen, die sich mit der Abstammung unserer Hunde beschäftigt. Und zwar, was sind Urhunde? Oder besser, gibt es diese eigentlich wirklich? Los geht's! Zuallererst müssen wir uns ein ganz klein wenig mit Informationen und den Hintergründen auseinandersetzen, bevor wir jetzt tatsächlich die Frage beantworten können. Der Begriff Urhund ist tatsächlich ein, ja wie sage ich das, ein hypothetischer Begriff. Es gibt den Begriff Urhund nicht in der Definition, in der wir ihn zum Beispiel oder viele Menschen ihn verstehen. Als Urhund, zumindest geht man im Moment davon aus, werden die Hunde bezeichnet von denen wahrscheinlich irgendwann unsere Hunde abgestammt haben. Das heißt, der Tag, der Zeitraum, in dem sich der heutige Hund vom damaligen Wolf wirklich abgegrenzt hat, das ist wahrscheinlich der Urhund. Viele Menschen meinen aber heute, wenn sie von Urhunden sprechen, etwas anderes. Es gibt hier drei Bereiche, auf die wir zu sprechen kommen wollen. Einmal sind das Hunde vom Urtyp, dann sind das, ich sag mal, verwilderte und wild lebende Hunde. Die haben nämlich einen anderen Begriff und sehr ursprüngliche Hunde in ihrem Verhalten. Das sind die Bereiche, die wir heute beleuchten werden. Den tatsächlichen Urhund gibt es nicht. Es gibt verschiedene Theorien, unter anderem hat Konrad Lorenz da mitgespielt und hat gesagt, eigentlich kommen die gar nicht nur vom Wolf, die Hunde, sondern auch vom Schakal und so weiter und so fort. Das jetzt alles zu beleuchten würde zu weit gehen. Wir machen das ein bisschen kürzer. Der Begriff Urhund in der Definition oder in dem Verständnis, wie die meisten von Ihnen im Kopf haben, ist nicht existent. Und hier kommt jetzt eine dieser drei Unterkategorien mit ins Spiel, die wir heute beleuchten wollen. Und zwar sind das Paria-Hunde. Und das ist das, was die meisten Menschen als Urhund in Anführungsstrichen im Kopf haben. Paria-Hunde sind Hunde, die ohne, ich sag mal, direkte, bewusste Fürsorge der Menschen tatsächlich am Rande der menschlichen Gesellschaft existieren. Das Wort Paria kommt aus dem Indischen, hat da mit dem Kastensystem zu tun. Könnt ihr nachlesen, muss ich jetzt nicht alles erläutern. Aber die Hunde, die zum Beispiel in Indien, in Afrika, teilweise auch in Amerika, neben der Gesellschaft existieren, ohne dass sich jemand jetzt wirklich bewusst um diese Hunde kümmert, dass er sagt, das ist mein Hund, der gehört zu meiner Familie, auch wenn er hier auf einem großen Anwesen lebt. Diese Hunde nennt man Paria-Hunde. Und genau das ist der große Unterschied. Die haben nichts mit dem Urhundbegriff zu tun, denn der Urhund weist auf die Abstammung hin. Paria-Hunde sind Hunde, die heute neben der Gesellschaft existieren, ohne dass wir bewusst mit denen interagieren. Und diese Hunde unterscheiden sich von Region zu Region enorm. Diese Paria-Hunde unterscheiden sich regional sehr stark voneinander. Wir alle kennen vielleicht Bilder aus Indien oder aus Thailand, wo wir tatsächlich wild lebende Hunde sehen. Das ist ein Schlag zum Beispiel dieser Hunde. Die haben in der Regel sehr kurzes Fell, sind ein wenig kräftiger. Die sehen ganz anders aus als Hunde, die in Afrika vorkommen. In Afrika zum Beispiel gibt es den Afrikaans oder Afrikanis, der in Südafrika hauptsächlich vorkommt. Und auch diese leben mitunter noch wild in der Natur, neben der Zivilisation der Menschen. Auch in Europa haben wir einen solchen Vertreter mit dem Kritikos Lagonikos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Kreterhund. Der Kreterhund ist eine der ältesten nachgewiesenen Hunderassen der Welt und wird seit jeher als Jagdhund eingesetzt, ist aber mittlerweile auch Kulturgut der Insel Kreta, ist vom Aussterben bedroht. Da ist ein ganz großes Projekt, dass der Hund gerettet werden soll. Auch diese Kreterhunde findet man noch wild lebend neben der Gesellschaft. Haken wir also den ersten Teil ab. Paria-Hunde. Das ist das, was wir häufig in Auslandsdokumentationen sehen, wenn die Hunde da in Indien einfach über die Straße laufen, neben den Kühen und Motorrädern. Das sind Paria-Hunde. Das ist nicht der Urhund. Kommen wir auf die letzten beiden Bereiche. Das sind einmal Hunde vom Urtyp und Hunde, die ein sehr urtümliches Verhalten an den Tag legen. Das überschneidet sich sehr häufig. Ich möchte es aber trotzdem trennen. Hunde vom Urtyp ist eine ganz klare Sektion der FCI. Die Spitze und Hunde vom Urtyp. Da ist alles drin, was aussieht wie ein Spitz, Eurasia, Husky, Laikas. Alle diese eher nordischen Hunderassen. Der Grönlandhund, der, um Gottes willen, da gibt es so viele. Ihr könnt einfach googeln. Hunde vom Urtyp. Ja, dann werdet ihr in dieser Sektion landen und habt eine ganze Liste. Das sind alles anerkannte Hunderassen. Und in der Regel sind die nicht mehr frei oder wild lebend. Warum die jetzt genau als Hunde vom Urtyp bezeichnet werden, kann ich euch gar nicht hundertprozentig sagen. Ob die jetzt abstammungsgenetisch näher am Wolf sind oder nicht, das weiß ich nicht. Ich bin kein Ahnenforscher. Aber diese Hunde zeichnet eins aus. Sie sehen alle sehr urtümlich aus. Sowohl der Spitz als auch der Husky, der Malamut. Alles Hunde, die dem Wolf sehr ähnlich sind, wenn die Fellfarbe stimmt. Alle diese Hunderassen sind auch eher in nordischen Gefilden zu finden. Und ihr werdet die sehr selten in, weiß ich nicht, Griechenland oder Spanien antreffen. Innerhalb dieser Sektion gibt es verschiedenste Vertreter der Hunde, so wie wir sie jetzt vor Augen haben. Das sind auf der einen Seite natürlich die ganzen Spitze. Das sind so Husky- und Malamut-Typen. Das sind die ganzen Hunde im, ich sag mal, in nordischen Gefilden, im nordischen Kreis. Das heißt, der norwegische Lundehund, der Grönlandhund. All diese Hunde gehören in diese Sektion Hunde vom Urtyp. Dazu kommen ein paar wenige Hunderassen, die zumindest vom Aussehen da nicht reinpassen. Das ist zum Beispiel der mexikanische Nackthund. Als Beispiel jetzt. Also nichts mit langem Fell. Aber auch diese Hunde sind da abgebildet. Zwei Hundetypen, die wir ganz häufig gar nicht auf dem Schirm haben, wenn wir an diese Hunde vom Urtyp denken. Die aber sehr wohl, vor allem auch im Verhalten dazugehören, sind asiatische Hundetypen. Zum Beispiel der Chowchow, der Shiba-Inu, der Akita-Inu. Auch diese Hunde. Bei dem Shiba und dem Akita sieht man tatsächlich auch, ich sag mal, ja, von der Statur, von der Fellfarbe, von der Beschaffenheit sieht man Ähnlichkeiten zu diesen Husky-Typen. Diese Hunde sind auch Hunde vom Urtyp. Und das zeigt sich ganz oft in dem Verhalten. Klingt jetzt total böse, wenn ich das sage, aber die allermeisten Hunde in dieser Sektion, vielleicht bis auf die Spitze ausgenommen, aber die allermeisten Hunde in dieser Sektion holen dir nicht die Sterne vom Himmel. Die sind eher so ein bisschen eigenständig und dickköpfig. Und das eint sie zumindest im Verhalten, so wie ich das in der Hundeschule kennengelernt habe. Soviel also zu Hunde vom Urtyp. Könnt ihr einfach googeln, findet ihr eine ganze Liste, könnt euch informieren. Bleibt noch der dritte Teil. Und zwar Hunde mit sehr urtümlichem Verhalten. Das sind jetzt Hunde, die nicht im Zweifel dieser Hunde vom Urtyp-Gruppe zugeordnet sind, aber mitunter sehr, sehr, sehr schwierig als Haushunde sind. Da fallen mir zum Beispiel die Wolfshundetypen ein. Der tschechoslowakische Wolfshund, der Salos-Wolfshund, der Tamaskhan. Das ist auch so ein Ding, der vor einigen Jahren extrem gehypt wurde, weil er noch mehr wie ein Wolf aussieht. Und einige afrikanische Hunde, wie zum Beispiel der Basenji. Ich kann euch sagen, die schwierigsten Hunde, die ich jemals im Training hatte, waren Basenjis. Nicht, weil die ultra-aggressiv sind, sondern weil die dir wirklich ganz klar die Arschbacke hinhalten und sagen, du kannst mich mal, für dich mache ich gar nichts. Die ganze Wude zerstört haben. Wir reden hier also von Hunden, die im Herz noch so das Wildtier ein bisschen mehr tragen als die anderen. Das sind oftmals Hunde, die wirklich nichts, wirklich nichts für normale Hundebesitzer sind. Und hier sieht man ganz häufig im Verhalten tatsächlich noch, ja, wo der Hund eigentlich mal hergekommen ist. Also so ein Basenji, wenn ihr jemanden kennt mit einem Basenji, der wird euch erzählen, was das für eine Aufgabe ist. Das ist, den lässt du nicht alleine zu Hause. Den lässt du nicht alleine im Garten, der ist weg, der zieht aus. Das sind wirklich schwierige Hunde. Und da gehören so ein paar andere dazu, die zumindest in meiner Erfahrung sehr, sehr ähnlich sind. Ja, also alles, was Wolfhund-Typus ist, außer der irische Wolfshund, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist einfach nur ein kleines Pferd und ganz nett. Das hat nichts mit dem Wolfshund zu tun, nur weil es im Namen steckt. Aber der Salos, der Tamaskan, der Tschechoslowake, weil da oftmals auch noch viel mit Wolf drin ist. Dazu hatte ich mal ein Video, da gibt es ganz viel Schindluder in diesen Bereichen. Jetzt haben wir diese drei Bereiche ja abgearbeitet. Und stellen uns immer noch die Frage, gibt es den Urhund? Oder ist das wirklich nur ein hypothetischer Begriff? Wenn mich jemand fragen würde, was würdest du als Urhund bezeichnen? Dann wäre ich weder beim Wolf noch beim Hund, sondern eher so Richtung Dingo. Denn Dingoes, und die findet man wildlebend fast überall auf der Welt, wo es ein bisschen wärmer ist zumindest. Denn Dingoes sind so das Bindeglied irgendwo zwischen Wolf, Schakal, was auch immer da alles involviert war und dem Hund später. Das könnte man vielleicht noch als Urhund bezeichnen oder zumindest als einen der ersten Schritte innerhalb der Evolution und der Entwicklung unserer heutigen Hunderassen. Den Urhund an sich gibt es nicht. Wenn also jemand euch sagt, das ist halt einfach ein Urhund, dann ist das entweder eine Ausrede, weil der nicht gut erzogen ist und eine schwierige Hunderasse hat. Oder das ist ein Hund vom urtümlichen Schlag, sowas wie ein Basenji oder Wolfhund. Dann ist das einfach ein schwieriger Hund. Oder aber es ist ein Hund vom Urtyp und dann ist es kein Urhund, sondern es ist einfach ein Oberbegriff für gewisse Rassen. Trotzdem gibt es, und das muss man fairerweise sagen, Hunde mit sehr, sehr urtümlichem Verhalten. Meine Zusammenfassung dazu wäre, wenn es sehr weit aus dem Norden kommt und sehr weit aus dem asiatischen Bereich, dann sind sie meistens deutlich urtümlicher. Kommt es aus Afrika, sind sie meistens deutlich urtümlicher. Es gibt noch so ein paar vereinzelte Geschichten, auch in Anführungsstrichen der westlichen Welt, wie den Carolina Dog zum Beispiel. Aber das sind Hunde, die schon doch ein bisschen anders im Verhalten sind, zumindest was meine Informationen dazu angeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und euch vielleicht sogar ein bisschen was beibringen, euren Horizont erweitern und euch einen schönen Tag machen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Tschüss.